Hallo, ich bin Rena Wettstein, ich bin Co-Geschäftsleiterin der Stiftung Poneco und ich finde es super, dass wir so viele tolle Frauen bei unserem Poneco Team und in unserem Projekt haben. Hallo, ich bin Yeni Saraswati als Senior Veterinarin in SOCP Medan. Ich bin Georgina Frey und 1996 habe ich zusammen mit anderen die Stiftung Poneco gegründet. Hallo, ich bin Heli. Ich arbeite bei der Stiftung Poneco als Sekretaris in der Stiftung Poneco. Hallo, ich bin Michaela Drissen. Ich arbeite seit zwei Jahren am Husemersee als Rangerin für die Poneco. Hallo, ich bin Chastri Delphi Saragi. Ich bin Management Support & Kommunikation von SOCP Medan. Hallo, ich bin Tracey Jania Harjata-Naya, ein Board Member von Yesan Ecosystem Lestari, Poneco's local Partner in Nord Sumatra, Indonesia. Hallo, ich bin Sheila Karisma Dewi. Ich bin Research & Development Coordinator von SOCP Medan. Ich bin Sonja Wackmann und ich arbeite im Naturzentrum Turau als Stellvertretende Leiterin. Hallo, ich bin Sanya. Ich bin Koordinator für Biodiversity Research in Yesan Ecosystem Lestari, SWCP. Hallo, ich bin Bebrina Desrianti. Ich bin Programme Manager Poneco, Indonesia. Hallo, ich bin Brigitte Spielmann. Ich bin Programme Manager Indonesia für Poneco. Hallo, ich bin Nella Resta Velayati. Ich bin Programme Manager und Supporting Manager in DR. Hi, ich bin Rerin von Orangutan Kofi Medan. Ich bin Arbeit hier als Administration Officer. Hallo, ich bin Gigi. Ich bin Botanist für Real SOCP. Hi, ich bin Faye. Ich bin Grand Manager für Poneco. Hallo, ich bin Anja Marti und ich bin Poneco zuständig für das Publik Fundraising und die Testaments Spenden. Hallo, ich bin Hethi. Ich arbeite für Orangutan Heaven als General Manager in Medan. Hallo, ich bin Dwi. Ich bin Biodiversity Staff von SSGP. Und ich bin Dwi. Vielen Dank.